ja und damit sage ich wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge my time at portia wir haben uns ja den etwas aufwendigeren leader auftrag geschnappt beim letzten mal gonna oh oh good day see ya was are you alright ma'am i'm sorry i'm getting forgetful in my old age i must have misplaced my basket somewhere in town but i don't know where to look can you help me ja ich glaube das kriegen wir hin where were you last that's very kind of you i was delivering some milk to the porsche school i probably left it there ja dann holen wir ihren korb aber jetzt machen wir erstmal schnell die ersten leder fetzen fertig sonst wird das nichts mit unseren 14 stück und dann holen wir hier die steinziegel bronze platte etc also auswählen müsste man natürlich ja noch einmal gehen herkules schleppt die ganze brücke durch die gegend aber jetzt sucht man erstmal der madame ihren korb hat man schnell schauen hat man schnell schauen Das schaut doch gut aus, das ist die Schule, würde ich mal behaupten. Hast du den Baskett hier gesehen? Wahrscheinlich nicht. Du meinst die Baskett von Sofie? Ja, es war genau... Aber, warum ging es? Tobe hat es einfach auf den Barsch! Er sagte, er war wirklich stark! Was? Tobe? Entschuldigung, du musst einen Weg finden, um auf den Barsch zu kommen. Das ist sehr toll. So, muss ja bloß bis dahin. Das war ja gar nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Halt, dann gehen wir jetzt nämlich gleich da raus. Wir müssen ja auch noch unseren Brückenkörper abliefern. Auf dem Weg dahin müssen wir leider auch noch ein paar Lamas klöppeln. Weil wir ja leider jede Menge fällt. Ob wir unseren Lederauftrag brauchen. Tut mir ja schon ein bisschen leid um unsere schicken bunten Lamas, aber hilft nicht. Ich brauche das Leder. Ich brauche das Leder. Ich brauche das Leder. Ich brauche das Lederauftrag. So, dann. Herkules stimmt die Brücke. So, und damit brauchen wir dann nur noch einen letzten Brückenkopf. Das wird gut. Ich hab gerade leider gar kein Blasen Schimmer. Ähm, da buntes Feindes hilft uns gar nichts. Ich stand da irgendwann dabei. Ah ja, sieben Tage haben wir noch Zeit. Das sollte man hinkriegen. Jetzt gehen wir mal schnell den Korb noch ab. Einfach mal eine Runde Querfeld eingeflitzt. Die scheint drin im Laden zu sein. Ah, ich bin gleich der nächste, oder wie? Ich glaube, wir haben eine Kommission für dich. Wir brauchen einen Wasser-Tank auf meiner Farbe. Könntest du einen für mich machen? In return, ich gebe dir mein Pumpkin-Pi. Klaro. Für Kuchen macht man doch fast alles. Ich muss mal schnell schauen, was wir dafür noch brauchen. Äh, Quatsch. Falsch. So, wo war das nochmal mit dem Wassertank? Nee, das war nicht der Wassertank. Genau, wir brauchen vier Holzbritte, fünf Steinziegel. Das kriegen wir hin. Ich weiß gar nicht, ob wir doch noch irgendwas haben. Ich weiß gar nicht, ob wir doch noch irgendwas haben. Ich weiß gar nicht, ob wir doch noch irgendwas haben. Ich weiß gar nicht, ob wir doch noch irgendwas haben. Ich weiß gar nicht, ob wir doch noch irgendwas haben. Ich weiß gar nicht, ob wir doch noch irgendwas haben. Ich weiß gar nicht, ob wir doch noch irgendwas haben. Ich weiß gar nicht, ob wir doch noch irgendwas haben. Ich weiß gar nicht, ob wir doch noch irgendwas haben. Ich weiß gar nicht. 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 15 war das was wir hier brauchten oder bräuchten ok wir brauchen drei holzbretter und fünf steinziegel oder muss wahrscheinlich schon ob der treibstoff noch reicht nein das leder ist gleich fertig dann können wir wieder neuen auftrag machen und dann können wir den tag eigentlich schon gut sein lassen war ja eigentlich ganz gut was geschafft so dann haben wir schon mal die ersten vier leder können vier fälle machen aber wir müssen auf jeden fall ich glaube da werden wir jetzt auch noch mal los solange es noch ein bisschen hell ist holen uns noch ein paar Lamas die mich jetzt mal davon ausgeht dass die sich dann übernacht wieder erholen nutzen wir doch das solange es noch ein bisschen hell ist so Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt haben wir schon Sterne am Himmel Dann Boxbands einfach nochmal durch Bis zu unserer Hütte Dann gehen wir für heute schlafen Dann gehen wir für heute schlafen Dann können wir hier noch kurz aufräumen Dann lasst es mir jetzt mal gut sein Und dann haue ich mich aufs Ohr Sag wie immer an der Stelle danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao 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 Ciao